Der Fahrt durch Griesen. Die grünen Säulen markieren den touristischen Weg durch die 200-Einwohner-Gemeinde. Vor allem Fahrradfahrer halten immer wieder an und lernen so das Dorf und seine Geschichte besser kennen. Ortsvorstand Hartmut Ford ist glücklich über die Tafeln. Sie locken mehr Besucher in die Region. Das Besondere ist, dass die Griesener Selbstinformationen zu den Orten gesammelt haben. Ja, also wir haben hier einen älteren Einwohner, der sich da sehr engagiert hat, Herr Briesemann. Der ist praktisch an jeden herangetreten. Zu jedem Punkt sollte jeder mal was recherchieren. Und der hat es dann auf ein Blatt Papier gebracht. Dank Vattenfall wurde dann der Text vom Papier auf die Tafel übertragen. Die Reise durch Griesen verspricht aber noch mehr Überraschungen. Bilder von den alten Gebäuden und Orten lassen Touristen regelrecht Zeitreisen. Vom Fahrradweg unten aus kann er ja schon beginnen. Und dort ist dann, die meisten Fahrradfahrer fahren ja in den Dorfkern und wollen an den Südaussichtspunkt und Nordaussichtspunkt mal in den Tagebau reingucken. Und da fährt er ja praktisch an den grünen Bolland vorbei und hält zwangsläufig an. Das ist ganz einfach. Und so ist das auch gedacht. Insgesamt sind 16 Tafeln rund um Griesen aufgestellt. Auch direkt an der Neiße kommt man auf dem Pfad vorbei. Hier kann man vom Wasserwerk aus den Ort von oben sehen. Eine Idylle, die in Zukunft noch mehr Touristen nach Griesen locken soll. Und dann wird es noch mehr Zeit. 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 Und dann wird es noch mehr Zeit.